Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine mögliche Verbindung anzunehmen bei Hivafant in Tywin, in den Grizzly Hügel, an dieser Position. Die 4 Quests waren der eingegangene Weltenbaum und ein dunkler Einfluss. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin aber davon überzeugt, das Video wird euch auch in VODLK Classic helfen. Wie ihr seht, kann ich fliegen, ich halte mich aber am Boden, so könnt ihr jederzeit den Weg nachverfolgen, falls es nötig sein sollte. Falls nicht, mache ich das Ganze umsonst. Es kostet mich aber nicht besonders viel extra Zeit. Jetzt bin ich auch schon gleich im Questgebiet. Sooo. Hier lande ich mal und mache erstmal die Map auf. Hier seht ihr ein großes Questgebiet und hier ein kleineres. Mein Charakter ist ziemlich weit über der Stufe dieses Gebietes. Deshalb werde ich die Mobs mit einem Schlag töten. Das Ganze ändert nichts am System der Quest. Ich wollte euch halt nicht zeigen, wie ich ewig lang gegen diese Mobs kämpfe, wenn ich schon einen hochstufigen Charakter habe. Töte also die mit einem Mob und loote sie. Wir benötigen nämlich von diesen Mobs Blut. Blut eines wahnsinnigen Furborgs. Bis jetzt habe ich kein Blut bekommen. Hier ist eins. Wow, das ist aber ziemlich selten. Circa fünf Mobs und erst ein Blut. Okay. Hier ist das Nächste. Gut. Dann geht es hier weiter. Hier sind nochmals zwei Mobs. Ich pull die mal zusammen. Ah, dahinten ist auch noch einer. Wie gesagt, mein Charakter ist weit über der Stufe des Gebietes. Ich kann das machen. In Viodelga Classic beim Leveln würde ich solche Aktionen nicht empfehlen. Das könnte schief gehen. So, habe ich 5 von 8 Blut. Sehr cool. Und die Mobs respawnen zumindest den Retail schon mal nach. Das spawnen die sehr schnell nach. Ah, ich töte mal in diesem Gebiet ein paar Mobs. Ja, hier überhaupt auch Blut. Also ihr seht, im kompletten Gebiet hier sind diese Frostfuttern, Föttern, Lootern, gibt Blut. Oh, da waren zwei. Zwei Mobs, zwei Blut. Sehr cool. West ist bereit zur Abgabe. Natürlich zeige ich euch auch das noch. Falls ihr schon wisst, wo und bei wem ihr diese Quest abgibt, wäre es dennoch cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Das würde meinen Kanal unterstützen. So. Hier kürze ich ein bisschen ab. Mitten durch die Wildnis. Das Ganze sieht doch sehr gut aus. Und schon sieht man die Hütte. Cool. So. Quest ist abzugeben bei Hewafantin oder Hewafantin Taiwin in den Grizzly-Hügel an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschau.